Hey Leute, alles klar? Habt ihr mitbekommen, was mit dem XRP-Preis passiert ist? Das kann doch nicht Wirklichkeit sein. Schauen wir es uns an. Werfen wir mal zuerst einen Blick auf den gesamten Markt. Durchwachsen. Manche Projekte sind im Plus, die anderen sind im Minus. Ja, ich sag mal, der Markt hält sich ziemlich stabil, Plus Minus. Der Bitcoin droppt aktuell, sind wir bei 2,6% im Minus. Aber ansonsten würde ich sagen, alles im mittleren Durchschnitt mit einer Seitwärtsbewegung. Hier sehen wir die Übersicht von dem AMM von XRP und wir haben aktuell fast 2,3 Millionen XRPs schon gelockt. Also das ist einfach der Wahnsinn. Jetzt überlegt euch mal, wir haben jetzt nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, wo wir online sind. Und wenn wir jetzt uns die weiteren Wochen und Monate und Jahre anschauen, wie viel Liquidität da reinfließen wird und wie viele XRPs da noch weiterhin gelockt werden, was natürlich sich dann vorteilhaft auf den XRP-Preis auswirken kann. Dann gab es hier einen Bericht, dass der XRP inmitten eines Kryptoblutbads im Wert von 930 Millionen Dollar um 156% in die Höhe geschnallt ist. Damit ist natürlich dann nicht der Preis gemeint, sondern damit ist dann das Volumen gemeint. Während der breite Markt erhebliche Liquidation und Ausverkäufe erlitt, verzeichnete XRP die siebtgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, einen erstaunlichen Anstieg des Handelsvolumen um 156%. Das ist der Wahnsinn. Alles fällt und das Handelsvolumen von XRP steigt. Laut den Daten von CoinMarketCap ist das Handelsvolumen von XRP in den letzten 24 Stunden um 156% gestiegen. Und die Nachrichten reißen einfach nicht ab. Am Montag hat die Hongkong Securities and Futures Commission, die Anträge führende Finanzinstitutionen, darunter China Assets Management, Bosera Capital und Hashkey Capital Limited, genehmigt. Diese Genehmigung betreffend den Start von Bitcoin und Ethereum Spot ETFs. Hier was Positives aus Deutschland. Die größte Bundesbank, die LBBW, bittet Bitcoin und Kryptowährung für Wahrungsdienste an, um der steigenden Nachfrage der Unternehmen nachzukommen. Also im Grunde nicht für uns Privatanleger, sondern für die Institutionellen. Der Chad Steingraber präsentiert uns hier auch ein Chart und sagt, das war nur ein Backtest und wir sind immer noch dabei. Das Halving ist in 5 Tagen und nach der Bekanntgabe der Genehmigung durch die Hongkong ETFs von Bitcoin und Ethereum dauert es in der Regel 10 Tage, bis die dann aktiv gehandelt werden. Und hier haben wir zusätzlich noch ein Chart von der Total Market Cap von den Kryptowährungen außer Bitcoin. Also Ethereum ist damit dabei. Und wir sehen hier die verschiedenen Bereiche von 2016, wo wir akkumuliert haben und dann Backtesting hatten. Dann hatten wir das gleiche in 2020 und aktuell sieht es danach aus, als ob wir 2024 wieder das Szenario von 2016 wiederholen. Und jetzt kann die Reise beginnen. Auch der CEO Brett Garlinghouse bleibt hinsichtlich des Potenzials eines Spot ETFs von XRP optimistisch. Und so sehe ich das auch. Das ETF von XRP wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist nur wann. In Dubai ist auch bald was los. Vom 18. bis zum 19. April 2024 wird in Dubai ein Token 2049 Event stattfinden. Ripple wird vom 18. bis zum 19. April 2024 auf der Token 2049 in Dubai als beste grenzüberschreitende Zahlungsplattform vorgestellt. XRP wurde bereits von den Finanzdienstleistungsbehörden Dubais genehmigt. Hier können wir uns einen Überblick verschaffen, was für große Player eigentlich dabei sind. Und unter den ganzen großen Playern ist natürlich auch Ripple mit dabei. Wenn man jetzt aktuell in New York ist, dann sieht man sowas Feines hier. Wir haben die Ripple-Werbung direkt in New York, also am Times Square. Da läuft man einfach mal die Straßen entlang und sieht hier Ripple, Crypto, Minz, Business. Der Hammer. Also die Adoption, die kommt immer mehr. Und hier noch ein interessanter Post von Agra Crypto. Laut ihm haben wir bei der aktuellen Korrektur mit XRP sein sogenanntes YOLO-Band angetestet. Das YOLO-Band definiert als You only live once. Und er schreibt auch hier dazu, dass trotz der gestrigen Nervenmoment und des Blutbades, die besonders für die Neulinge anstrengend sind und die nicht wissen, wie sie damit umgehen und eventuell in Panik verfallen, sahen die alteingesessenen Veteranen im Kryptomarkt auf jeden Fall eine Kaufgelegenheit. Und er schreibt hier auch, XRP-Army bleibt standhaft. Und wenn wir hier den Chart anschauen, von dem er gesprochen hat, der geht hier von 2014 bis zum aktuellen Zeitpunkt. Und immer wieder, wenn wir dieses YOLO-Band angetestet haben, You only live once, laut dem Agra Crypto, haben wir hier eine Preisexplosion gehabt. Und jetzt die Finale. Was ist mit dem XRP-Preis los? Was ist da wieder passiert? Und jetzt schreibt hier schon Jack the Rippler, legendäre Preisexplosion beim XRP. Ja, also ein Fehler auf 34.000 Dollar. Es ist aber schon komisch, dass immer wieder die Fehler und die Glitches beim XRP-Preis passieren. Irgendwie glitscht der Bitcoin nicht auf eine Million hoch oder der Ethereum auf 60.000. Immer wieder hören und sehen wir Glitches und Fehlfunktionen im XRP-Preis, wo der mal kurz durch die Decke schießt, bei 70 Dollar ist, bei 100 Dollar oder wo auch immer. Und jetzt aktuell hier im Video sehen wir, der schießt auf 37.000, 36.000 hoch. Und dann knallt er wieder runter und dann ist der Preis wieder normal bei seinen 60 Cent. Und dann geht er wieder durch die Decke, dann ist er zwischendurch auf 0. Das ist natürlich alles ganz zufällig. Dieser pure Zufall kommt leider halt nur bei XRP zustande und sonst bei keinen anderen Coins. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr jetzt, die ganzen Glitches rund um XRP sind nur ein purer, reiner Zufall? Oder ist das hier sogar eine Verarsche, die ihr hier aufnimmt und wurde irgendwie manipuliert? Bin ich mal gespannt, was ihr darüber denkt. Hey Leute, danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, haut in die Tasten und bis zum nächsten Mal. Ciao.